Gäste! Hat ihr Bock auf einen Special Guest oder was? Nein, 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 warte, 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 warte! Oh shit! Warte, warte, kannst du noch im Rest machen? Ohhhh! Warte, ihr kennt ihn nämlich vielleicht. Und zwar, ich bin seit anderthalb Jahren unterwegs mit diesem Herrn hat seinen Banger. Und ich dachte mir, wenn ich ihn die ganze Jahre jetzt schon denke, vielleicht kommt er und hilft mir kurz aus. Mach mal ein dicker Applaus für Kuro Tabas! Geht's nicht gut, Benni? Gib uns voller Power auf den Mics! Gib uns voller Power auf den Mics! Die Mics schön laut! Ich finde das wunderschön. Ich hab meine Karriere auch angefangen als Backup Rapper von ONO. Und ich hab immer gesagt, ich werde kein Rapper backen, der schlechter Rapper als ich. Und deswegen günde ich heute deinen Backup, Lars Handelmitte. Ohhhh! Alright, ich würde sagen, welchen Track habt ihr Bock? Lass etwas machen, was die Leute eventuell erkennen könnten, Alter. Von ganz früher noch, Alter. Wir müssen die Hook kurz ausprobieren. Wollen wir die Hook ausprobieren? Lass uns testen, Alter. Okay, pass auf. Warte. Die Hook geht folgendermaßen. Deutschland, was geht ab? Hip-Hop, was geht ab? Habt ihr Bock? Ja, klar! Komm, ich führe mir jetzt nicht schlaß. Macht euch locker. Nehmt das Schalz vom Hocker. Sowas habt ihr nie gesehen. Sowas habt ihr nie gesehen. Sowas habt ihr Hip-Hop ab! Let's do this. Let's do this. DJ ist gut. Und ihr wollt voller Power. Alle haben wir hoch. Der King of Rap. Lars Unlimited. Dreck mit 2 in Sports. So ist es. Yeah. Wollen wir in der TMS mit Hannah Zawasch? Gebt ihnen ein bisschen Hip-Hop-Geschichte, Alter. Wir geben euch die volle Liste in die 15 Jahre. Gebt nicht für Mic-Hop. Pass auf! Der Kassel, MC René Kassel. Unsere Freestyle-Held. Damit geht halt es. Sportart hat es. Die Freize Art ist. Ich sag dir alle, komm und geh. Der Klart hat es. Für was das ist. Die Fieber zu Choran. R.I.G. L.T.M. Verklaß, Familie, Großfahr. Gorko und Fußgork. Sehr lange mit dem Reveal. Kreuzwitz. Janko. A.G. Kippie. KW-Test. Trashless. Du weißt ein. Scheiß weg von E-Von, wenn du nicht weißt. Peter Bus ist neig. Sam wird die Zukunft sein. Eddemann war nice. Mit den Erzungs-Double-Ride. 5-Stellen-Dedict. Amo-Seite-Schule. Paris war der Street. Beginner passt. War Fule. Topplinger Sieber. Wie war es? Ahoi. 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 What's up, what's up?